Oh, ich wollte eigentlich gerade hallo sagen, aber... Oh... Ja, das werden wir sehen. Ja, warum ging es im Notruf? Tut mir leid, aber diese ganzen Weltraumkämpfe sind nichts für mich. Für mich auch nicht. Sind wir schon zwei. Gut, gehen wir raus. Also eigentlich will ich da unten rein auf den Planeten. Ah, ehemalige MioBridge PharmaLabor. Oh, PharmaLabor, das klingt immer nach Spaß. Extreme Umgebung. Oh, cool. Klingt schon immer nach Spaß. Dann würde ich sagen, wir wollen mal landen. Immer wenn es irgendwas mit Medizin oder Laboren zu tun hat, da kommen irgendwelche Monster dabei raus. Aber es sieht schon mal einigermaßen zivilisiert aus. Okay, ähm... Ich würde gerne raus. Ach ja, ich habe übrigens nochmal gegoogelt bezüglich der Schmugglerwarde und Gestohlen-Sachen. Äh, in der einen großen Stadt können wir es tatsächlich verkaufen. Ich weiß auch, wo das ist. Und die Sachen können wir tatsächlich im Schiff lassen. Und dann so entsprechend... Wir haben hier Radioaktivität. Naja, das ist ja super. Okay, cool. Hahaha. Ah, wir brauchen eine andere Waffe. Warum hat man Reloap die denn? Scheiße. Ah, ist irgendeine... Absolut falsche Waffe für sowas. Ah, habe ich sonst noch irgendwas? Ja, vielleicht nur höchstens. Ja, ich habe ihn. Oder auch nicht. Unglauben. Nice. Okay. Oh, scheiße. Oh, das Ding hat Dauerfeuer. Hey, das gibt es doch nicht. Okay. Schauen wir mal aus mit Munizio. Ja, mitnehmen. Äh, Bieranzug. Nehmen wir mal mit. Helne Mau mit. Den habe ich noch nicht. Sind die drin? Oder wo sind die? Ich glaube, die sind drinnen. Ich kann erstmal draußen alles hier untersuchen. Okay. Moin. Oh, Upsa. Ja, wohl wahr. Scheiße, ich habe es doch gewusst. Moin. Lol. Wir versuchen da rauszuschießen. Haben wir hier noch was Spezielles? Luke? Nö. Ah, da ist noch ein Kollege. Credit. Hängen wir her damit. Oh, das hat sich wohl jemand rausgejagt. Wo schießen die? Ah, lol. Ich glaube, der ist rein. Ähm. Hängen wir mal die Schrotflinte. Und tun aufräumen. Wieso bist du einfach so reingegangen? Für ein Fänzchen. Nice. Oh, fuck. Nice. Nein, ist es nicht. Herrlich, ganz wie früher. Ich sehe nichts. Nicht mein Zeug. Yes. Okay. Die Schrotflinte ist mal mega geil. Weißwein. Irgendein Mauer mit. Kenne ich noch nicht. Okay. Das sind bestimmt ganz normale Pflanzen. Um die ich mir keine Sorgen machen muss. Wartein. Jüter. Nö. Irgendwas wertvolles. Ja. 6,55. Ist alles nichts wert. Okay. Was hast denn du da mit dabei? Schalldämpfer. Uh, nice. Oh, ja. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ich hoffe, eine Patrone. Hündlos. Ja, ja. Können wir später mal ein bisschen Munition basteln. Mal hier was wertvolles. Ja, safe. Nicht sperren. Experte. Das kann ich wieder vergessen. Sag mal, ein Ventilator. 140. Nö. Okay. Ähm. Da geht's nach oben. Nehmen wir zu Hause. Ne. Ach, da wäre eine Schleuse gewesen. Auch nix wert. Kann ich auch nicht mitnehmen. Nö. Nö. Mmh. Toast. Ne. Gut. Einfach mal so. Ramen. Ähm. Nö. Das, glaube ich, denke ich mal alles gut. Wobei, wir könnten ein paar Sachen essen, ne? Machen wir das mal ganz kurz. Ah, Kategorie, ne Hilfe. Verbände. Ah, da. Okay. Nice. So, war's hier. Zum Thema Waffen. Ja. Ein bisschen mehr Umpf. Hallo, jemand daheim? Keiner daheim, aber das sind Waffen. Bitte sag mir, ich kann die einfach nehmen. Uuuuh. Yes, please. Oh, yeah. Space Trucker. Nee. Oh, geil. Dicke Wummen. Anzugwerkstatt. Was kann man da eigentlich machen? Schauen wir uns das mal ganz kurz an. Äh. Inventar gewidem Held. Modifizieren. Das ist ja jetzt keine Mod. Hm. Sauerstoffreserve. Okay, da brauche ich Teile dafür. Aber da könnte man die Sachen halt modifizieren. Alles klar. Wollen wir uns mal eigentlich die geilen Waffen hier mal ganz kurz anschauen. Waffen. Du bist ja... Auf der 1, meinte ich. Ja. Okay. Antipersonen. So was. Du bist auf der 2. Kammerjäger. Coachman. Orion. Da habe ich noch 6 Schuss. Weltraum-Experte. Weißt du was? Nein, wir machen das da. Auf die 2. Da habe ich da die 2 Schrotflinten. Machen wir dich auf die 3. Und... Warte mal. Wo war das? Machen wir das da auf die 4. Oh ja. Achso, warte mal. Wir haben auch noch diesen einen Rucksack da. Äh... Befestigt. Rucksäcke. Der ist eh ausgerüstet. Anzug. Scharfstütze. Nehmen wir mit. Und... Helm. Hm... Der war noch ein bisschen besser mit Schaulung. Ja, machen wir mal. Haha, wie geil. Hm... Nix von Interesse hier. Oh doch. Der ist nämlich mit. Geh die weg. Her damit. Uh, Rucksack. Ja, nee. Brauche ich nicht. Es ist auch nur interessant. Uh... Überall nehmen wir mit. Credits. Immer gerne. Das war's. Jetzt war da nicht hier noch was. Achso, das ist der gleiche Raum. Okay. Dann sind wir hier fertig. Können wir hier raus. Nehmen wir zum Nachbargebäude. Oh. Shit. Komm her. Ja, dann. Komm auf unsere Seite. Kommst du? Andere Seite. Ah, da ist aber das scheiß Fass da. Komm her. Wo ist der andere Typ? Ich meinte, ich hätte oben einen gesehen. Vorsicht. Naja, was hat man hier? Bist du? Okay. Bist von uns. Dacht schon. Äh... Ne. Machen wir einen kleinen Besuch da oben. Nice. Jo. Nehmen wir mit. Das war's. Okay. Dann werden wir da unten reingehen. Beziehungsweise werden vermutlich den Computer hier nutzen müssen. Tür öffnen. Wow. Wohl heiße Kühl, die dust dich da mal reingebacken. Ah ja, das ist Bethesda. Ja. Hier auch Ranschensaft. Boah, da wollen wir mit. Was weiß denn, was generell mal das Zeug sehen mit. Ich hab ja Platz. Was interessantes... Was interessantes... Brauch ich nicht. Ich bin verriegelt. Ähm... Au. Was los? Eigentlich hab ich da gar keine Vorstellung dazu. Eine gewaltige Ehre. Ist das egal, dass du in Co. bist. Reden wir später durch die letzte Co. Eigentlich ist es mir egal. Ja, du bist echt ne Nummer. Ich muss sagen, es macht mir das Leben leichter, mit dir zu reisen. Wenn die Leute Co. hören, erwarten sie, dass ich Wunder bewirke. Die Zeit verstärkt alles ganz extrem. Solomon war ein guter Mann. Ein großartiger Mann. Aber wenn er den Bullshit hören würde, der heutzutage über ihn geredet wird, er würde die Leute auslocken. Irgendwie als wärst du nicht sonderlich angetan, sondern dass du mit Solomon verwandt bist. Äh, damit ich jetzt bitte alle mal deine Wunde... Ja. Ah, sorry. Die hab ich in der anderen Jacke. Aber für manche Leute ist es kein Witz. Sie erwarten ernsthaft etwas von mir. Es gab mal eine Zeit... Naja, vor Korra. Da hat mich das echt belastet. Mir kam's vor, als würde sich alles, was ich tue oder nicht tue, auf unser großes Vermächtnis auswirken. Da wird man verrückt. Jetzt will ich einfach nur Korra helfen. Keine Ahnung. Ja. Danke, das ist nett von dir. Für meinen Vater, Korra und mich, ist Solomon Coe das Alpha, das Omega. Er hat in die Sterne gesehen und einen Weg gefunden, sie zu bereisen. Stell dir mal vor, du springst als erster Mensch in ein neues System, betrittst eine neue Welt. Das ist echt heftig. Und jetzt... Tut mir leid, aber ja. Ich bin der schlimmste Einfluss. Das war mir gerade die, du hast wirklich... flirten. Na, ich will mit dir nichts anfangen. Das mag ich ja so an dir. Tja, hoffentlich ist der Comic, der mal über unsere Abenteuer gemacht wird, besser als der Schund über Solomon. Was die da veröffentlichen, ist richtig peinlich. Okay, cool. Weiter machen. Ah, was ist das? Oh ja, Credits. Ja, okay. Geh mal mit. Helmständer. Nö. Uuuuh. Hm. Was will ich... Hm, Grendel. In super extrem. Nehmen wir mal mit. Nehmen wir mal mit. Ich hab so das Gefühl, wir haben ja gleich einen Kampf. So, diese neue Grendel da. Warte mal. Waffen. Wo ist die? Da, Grendel. Furious, der Killer, kalibriert Grendel. Die andere Grendel, modifiziert. Das ist die... Okay. Das ist Coachman. Welcher haben wir denn? I. Die wäre rar. Äh, B. Also vier. Glaube ich. Mal die mal ausrüsten. Okay. Oh, sehr geil. Äh, was für ein Wahnsinn. Wir haben mal hier gleich Rauben. Oh, und da. Als ich noch jünger und dümmer war, wollte eklektisch mich rekrutieren. Jo, der ist zirbelt. Oh, geil. Kaliber. Position. Noch mehr Position? Bestimmt ihr, ne? Was? Applativhelm. Navigator. Ihr könnt es jetzt besser brauchen. Ähm, pharmazeutisches Labor brauche ich eigentlich nicht. Medi-Pack. Wie bin wir her damit? Oli, was? Twist? Okay. Her damit. Hm, nehmen wir auch mal mit. Ist das hier richtig? Mit einem kleinen Lagerfeuer können Höhlen richtig schön gemütlich sein. Ja, aber vermute ich nicht diese hier. Hm. Giftgas. Sporenwolke. Ähm, okay, cool. Ey, oh geil. 3.916. Digite dich. Eisen. Chlor. Element. Zutaten. Nice. Wir werden reich. Warte mal. Das machen wir eben auch wieder aus. Ja, ich höre schon komische Sachen. Oh. Das ist das, was hier Geräusche war. Alles klar. Ne, Mami ist bestimmt auch in der Gegend, ne? Da hätten wir es. Ähm. Wir brauchen, wir brauchen. Warte ich mit denen eigentlich nicht auf einen... Ah, da. Cutter. Auf was habe ich denn den Cutter gelegt? War das die neu? Jo. Ne? Ne? Jo, wir wissen immer noch nicht sehr viel. Das war es gerade ein bisschen zu einfach. Die eine müssen wir auch noch treffen. Sollen wir uns hier noch mal ein bisschen umsehen? Ich weiß nicht, ob wir hier noch ein bisschen mehr finden. Sollen wir dann... Na, hier unten waren wir. Also mal schauen. Vielleicht in die Richtung. Was ist das? Das ist nichts. Äh. Später gerade hatte ich. Her damit. Credits. Die kommen wir auch mit. Die kommen wir auch mit. Gut. Ich glaube, wir laufen da einmal im Kreis rum. Was ist? Das kann ich doch bestimmt. Kupfer. Kupfer. Darf ich mir Kupfer? Erstmal nicht. Ich weiß auch gar nicht. Inwiefern sich das rentiert, da die Sachen selber zu craften, wenn man hier so geile Sachen findet. Ja gut. Ja gut. Erstmal raus hier. Aber mit irgendjemandem Boss hätte ich jetzt schon gerechnet. Weil die Piraten waren jetzt ehrlich gesagt... waren jetzt nicht wirklich eine Challenge. Extrem giftige Umgebung. Ja, ja. Ja gut. Ja gut. Dann hätten wir das. Ich könnte dich auch aufnehmen. Kann ich schnell Reise zu meinem Schiff machen? Geht das? Mein Schiff. Reisen. Nice. Äh. Komm jetzt. Also. Einsteigen. Dankeschön. Ich sage Korra, dass wir da sind. Macht es? Nein. Also. Bezüglich unserem Inventar. Ähm. Maistorm. Anzug. Brauchen wir eigentlich nicht. Andere in Siedlung verbergen. Ah, nö. Rucksack sind wir auch gut ausgerüstet. Helm. Was haben wir hier? Sind alle schlechter. Also ich würde das gerne mal ins Schiff reintun. Ganz fair. Ja. Das ist die Frontier. Inventar. Anzüge. Äh. Frontier mit Q. Ne, Moment. Anzüge. Lagern. E. Ah. Okay. Helme. Einmal lagern. Damit ich das Gewicht nicht so habe. Das können wir auch ablagern. Ressourcen. Sonstiges. Ja. Weg damit. 104. Vielleicht können wir auch ein paar Waffen mal ablegen. Waffen. Mann, die brauchen wir nicht. Eigentlich alles, was nicht interessant ist, können wir wegmachen. Schaden. Coachman. Schaden. 57 Schaden. Nee. Nick Pinox. Nee. Grendel. Nee. Nö. Ja. Grendel, glaube ich, hat man ja. Coachman. Maistorm. Das ist die eine Grendel. Dann können wir die auch ablegen. Furios. Der Killer. Können wir die auch weg tun. Die behalten wir. Dann haben wir jetzt wieder 72. 48.000 Credits. Oh, geil. Okay. Mission Log. Ich hätte jetzt gern Missionen. L. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Begittis. Lass uns mal gucken. Achtung. Gucken. Ah. Sprung. Bitte, danke. Hey, du. Antworte. Du bist schwer zu finden. In den ganzen besiedelten Systemen gesucht. Mit entsprechendem Kopfgeld. Ui. Hm. Du bist ja auch kein Fremder, oder? Ich kenne Beute nämlich, wie Blut die Farbe Rot kennt. Aber, da dich unsere Anwesenheit zu verwirren scheint, erkläre ich es dir. Irgendwer hat dein Kopfgeld in Größe eines Ashtar auf dich ausgesetzt. Nie viele Credits passen in einen Ashtar, Boss. Gute Frage. 2000 Creds reichen wohl aus, damit wir vergessen, dass wir dich je gesehen haben. Oder wir sammeln sie auf die altmodische Art ein. Echt nur 2000? Ja, gut. War doch gar nicht so schwer. Du lebst weiter. Wir werden bezahlt. Prima. Ah. Noch eine Warnung. Wo wir doch jetzt so gute Freunde sind. Es sind nicht nur wir hinter dir her. Wir haben uns in der Warteschlange für dein Kopfgeld kennengelernt. Wenn du also nicht morgens Crats pisst, dann regle das mal lieber mit den Leuten ganz oben. Es kommen nämlich noch mehr Jäger. Ja, ja. Wir könnten währenddessen mal... Hier die Waffen mal wieder hoch. Ich hörte, hast du dich auf dem Schiff nützlich gemacht, Cora. Ja. Ich bin für den Käpt'n genauso eine gute Co-Pilot. Also. Äh, wo ist es? Wo ist es? Mining Außenpost. Mining Außenposten. Wir suchen. Verlassen die Mine. Die wird bestimmt nicht verlassen sein. Oh, Level 7. Wir müssen ein bisschen hochleveln. Also sprich ein bisschen mehr Nebenquests machen. Bringen wir den Vogel runter. Na, ist das richtig tolle Arbeit? Ich bin stolz auf dich. Was hältst du von dem Vogel? Und schriff zur nächsten Wand. Ach so. Ich mag meine Sachen. Aber vielleicht ein neues Buch? Tja, wenn ich eins finde. Wir hatten eigentlich eins zu prüfen, aber nicht mitgenommen. Temperatur minus 10. Das geht ja noch. Extreme Kälte. Alter, das ist doch nicht extrem. Gibt es in der Schweiz noch Kälteres? Aber so wie es aussieht, haben wir hier heiße Quellen. Oh, was ist das? Ja. Okay. Das Zeug ist also hier vermint. Sehr geil. Was ist das? Echtliches Messgerät. Nee. Das sieht schon besser aus. Oh ja. Munition. Ja. Hätte ich auch gern. Oh ja. Credits. Industrielle Werkbank. Nö. Ich brauche jetzt eigentlich nix. Ähm. Weißt du was? Wir schauen erst mal hier rein. Was läuft er eigentlich rein? Allah. Na komm. Tschüss. Tschüss. Tastik. Immer gerne. Mach mal auch nicht. Typisches Kühlmittel. Nehmen wir mal mit. Für Zutaten. Und ich glaub das. Moment. Uh. Save Einsteiger. Genau was für mich. Ähm. Ist das schlau. Das wird auch beim Zweiten passen. Das passt hier definitiv nicht. Eventuell hier. Das passt hier so ganz und gar nicht. Ne. Jetzt komm ich bei dem hier nicht rein. Rückgängig. Ich muss den nutzen. Okay. Jetzt mache ich einen Zweier. Und du kommst hier rein. Nein. Oder? Ah. So. Verwenden. Ah. Gott sei Dank. Ja. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Ach du Scheiße. Ist das Ding viel wert. Oh. Okay. Wir müssen dann auf Erlöffel nehmen. In die Sitte. Und Sachen verkaufen. Moin. Es ist nicht kalt. Immer in die Schweiz. Da ist es Gelder. Teilweise. Minus 10 Grad. Da darf ich im T-Shirt drauf. Gut. Ich habe in meiner wilden Jugend manche Mühle erforscht. Tolle Zeit. Und auch. Kein Schritt weiter. Identifiziere dich. Ich bin hier im T-Shirt. Ich gehöte zur Constellation. Wadimir Sal hat mich aufgetragen, dich zu finden. Ach gut. Hätte ich mir denken können. Ich bin schon ziemlich lange weg. Dann ähm. War es wohl ein bisschen übereifrig nach dir zu sehen. Wenn ich mir die Leiche hier so ansehe. Du bist das neueste Mitglied, ja? Schicken sie dich oft, um nach anderen etablierten Mitgliedern zu sehen? Ähm. Sie haben ja sicher gut gemeint, ja. Also hat es noch ein Artefakt hier? Da hätten wir ja gerade zwei. Äh. Looten. Bitte, danke. Kann man doch nicht einfach so liegen lassen. So, was haben wir hier? Kev hier. Nö, danke. Affen Koffer. Ja, Kartusche nehmen wir mit. Kann ich da was machen? Einheiten Freund-Freinderkennung aktualisieren. Hinweis, verantwortungsvolle Freund-Freinderkennung. Für ganze Jura bitte die Bedienversorgung. Aufmerksam lesen. Aktuell FFE hat schon Standard. Einstellen. Aktuelle Nutzer schützen. Okay. Kaffee-Von-Ton. Was macht Esther? Robert, ein Kaffee-Von entfernt wurden. Sehen sämtliche Entitäten in der Umgebung als bedrohten. Nicht-feindliche Spassanz sollte vor der Start-Zurche aus dem Bereich evakuiert werden. So, das machen wir lieber nicht. Einheiten aktivieren. Okay. Wo kommt ihr raus? Oh. Und auch. Bitte seien sie vorsichtig. In diesem Gebiet sind schwere Geräte aktiv. Alter, machen wir da Feuerschaden. Oh, so geil. Oh ja. Die Waffe ist mega geil. Wo ist dieser Annie Spacer da? Ah, da. Nice. Level 8. Und sorry, nochmal da. Medi-Bag. Penicillin. Ja, mitnehmen. Geile Sache. Oh, das wirbelt so geil. Das ist das schöne. Oh, das ist ganz schön ein Fallout. Aber die Waffen-Mods. Ah. Oh, so ein anständiges Fallout, da hätte ich eigentlich auch nichts dagegen. Moin. Ah, haben wir hier irgendwelche Goodies? Oh, da. Credits. Warum lässt man das Geld immer da liegen? So, hast du was Schönes? Nachsehen lohnt sich immer. Man weiß nie, was man in den Taschen findet. Allerdings. Ja, nehme ich mal mit. Synthetischer Hamburger. Schmeckt bestimmt voll super. Ja, hier ist nix. Okay. Weiter rauf hier. Uh. Spezialanzug. Geheime Außenposten. Nehmen wir mal mit. Wie ist die Slate über den geheimen Außenposten? Okay, machen wir noch. Hier vielleicht noch was. Schlechte Wörter, schlechte Witze. Komm, wir nehmen mal ein Buch mit. Was? Kommt ein Chunk-Chunk in eine Bar? Da sagt der Barkeeper, unsere Gäste wollen hier kein Essen, Antoine oder Chunk. Na, da bin ich hier beruhigt. Wow. Klopf, klopf. Wer ist da? Ein Schwert. Ein Schwein, wer? Egal. Ist total spitz. Wie viele Adäsen macht man? Für den Sexualkunde-Unterricht. Gar keine. Die sind schon aufgeklärt. Wow. Ja. Will ich back? Sag mal, Robo-Kollegi. Moment, da hinten leuchtet was. Auf den Koffer. Äh, ein paar Tuschen mitnehmen. Ah, ich glaube, ich... Cool. So, es werde Licht. Ach, da bist du. Da warst du. Ah, sonst vielleicht mal nachladen. Okay, geht eh nur dauernd lang. Nee. Scharfstützengewehr wäre jetzt natürlich mega geil. Ja, ich glaube, wir gehen da mal weiter runter. Nee, es macht so... Irgendwie nicht sehr viel Sinn. Aber... Ich muss mir das merken. Wir brauchen ein Scharfstützengewehr. Ah, anständiges. Oh. Du hast ja noch gelebt. Nice. Nö. So eine schlechte Waffe brauche ich nicht. Yes. Was denn? Nice. Ja, da bringt die Deckung natürlich nicht sehr viel, wenn ich da von da oben reinschießen kann. Nur so... Als Ding. Wir sind halt Level 7, ne? Wo ist der andere jetzt hin? Hm. Bitte krach nicht zusammen. Dankeschön. Sieht nicht mehr sehr stabil aus hier. Bin da. Schleichen, Equinox. Nee. Kann ich jetzt... Gehen wir her damit. Tief mit dem Rucksack. Hm. Nö. Oh, der Anzug ist besser. Nehmen wir mit. Ich glaube, dann zwischen den Episoden werde ich dann mal die Sachen austauschen. Je nachdem, was halt alles besser ist. Hm. Wo... Geht's denn hier hin? Bevor wir jetzt nach unten gehen. Da... Geht's hier nach unten. Okay. 200 Schuss noch. Ah, ich... Ich glaube, ich schaffe das doch mal an. Bezüglich... Munition herstellen. Soll ich mich da mal schön hochpumpen kann. Will ich diesmal einen schönen Endgegner haben? Wird das nicht super schlimm finden, wenn wir keinen haben, aber... Trotzdem... Oh, da hinten. Kiste. Wer damit? Nee, komm. Kredits. Weis. Brauchen wir nicht. Auf den Kopf da. Yes. Uh, da hinten auch noch was. Äh, jo. Mitnehmen. MP brauchen wir nicht. Alles klar. Wir haben ja alles. Bissen wir doch da oben hin oder unten? Wir beginnen jetzt erstmal nach oben. Da, wo wir die anderen Typen hier gestanden sind. Äh, oh. Oh, Aufzug. Oh, Aufzug. Wir sehen, dass manchmal eben doch die Guten gewinnen. Oh, epischer Helm. 4.820. Geil. Ja, dann hätten wir ja unser Kopfgeld, was wir vorhin ausgegeben haben, ja gerade wieder drin. Und wir müssen runter. Okay, aber das hat sich schon mal gelohnt für die ganzen Geschwerte jetzt. Sehr nice. Sehr nice. Okay. Runter, 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 runter. Oh, bitte sag mir, dass ich dann einfach zum Schiff teleportieren kann. Und hier nicht wieder rausgehen muss. Ich warte ja schon. Oh, da ist es ja. Zügele. Einmal abschneiden, bitte. Nice. Ja, das passiert jedes Mal. Ja, aber die sind leider alle ziemlich ähnlich und... Ja, nix aussagend. Ähm... Ja. Die Tatsache, dass es euch beiden so ergangen ist, ist schon mehr, als wir zuvor hatten. Wir müssen darüber sprechen, was du da vorhin gesehen hast. Dieser Mann. Was ich getan habe. Ähm... Ja. Das tun gewiss viele. Es ist überraschend, dass jemand aus der Constellation mir zustimmt. Üblicherweise vermeiden die Mitglieder jeden Konflikt. Auf welchen Erinnerungen behaupte diese Überzeugung. Was hast du vor der Constellation getan? Ähm... Ja, ich habe alles gut hier gemacht. Ach ja? Auch ich habe schon sehr viel gesehen und erlebt. Auch Gefährliches. Wir beide sind etwas... Ungewöhnliche Constellation-Mitglieder. Bitte erwähne Wladimir gegenüber nicht, unter welchen Umständen du mich vorgefunden hast. Die Varun-Fanatiker haben schon öfter versucht, mich in die Enge zu treiben. Wenn herauskommt, dass es wieder geschehen ist... Nun, es ist lange her, dass mir allein ein Auftrag übertragen wurde. Ich will nicht, dass es in Zukunft noch länger dauert. Verstehst du? Ja, aber das hat jetzt nicht so gewirkt, als wärst du in die Enge getrieben worden. Also, ich glaube, du bist dann ganz gut klarkommen. Ähm... Ja. Okay. Aber eigentlich ist ja nichts Spezielles passiert. Jo, alles klar. Das werden wir uns auch als nächstes machen. Und New Atlantis werden wir dann mal ein bisschen Zeugs verkaufen. Ich werde jetzt noch mein Inventar mal angucken und nur Sachen ausrüsten, die besser sind. Und dann mal schauen, wie es weitergeht, weil jetzt haben wir ja gleich zwei Artefakte. Aber war ganz cool. Warte mal, ich glaube, ich mache hier gerade mal ein Foto. Foto-Modus. Sieht irgendwie cool aus. Ähm... Ja, Menü ausblenden, bitte. Oh, Udo. Oh, Udo. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns zum nächsten Abenteuer. Macht schon Spaß, da fehlt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da. Bis bald. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Der Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele. Und da könnt ihr auch mit mir quatschen. Und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da. Und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis dann, euer Brabura. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.